Ein Besuch der Automobil bietet neben den vielen funkelnden Neuwagen der beteiligten Marken und den zahlreichen weiteren Ausstellern auch ein attraktives und umfangreiches Rahmenprogramm rund um das deutschen liebstes Spielzeug. Für Groß und Klein ein absolutes Vergnügen in Halle 1. Die 18 Meter lange Carrera-Bahn entfacht das Rennfieber und garantiert eine heiße Performance. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig um den ersten Platz kämpfen. Um sich ein Fahrzeug kaufen zu können, braucht man natürlich erst einmal einen Führerschein. Die 2P-Fahrschule Peterloh bietet unter dem Motto das erste Mal auf dem speziell abgegrenzten Parcours Probefahrstunden für die ersten Fahrversuche an. Unter professioneller Anleitung bekommt der interessierte Messebesucher einen Live-Eindruck, wie es sich hinter dem Steuer anfühlt. Spaß pur bringt der Quad-Parcours. Auf dem Freigelände gibt es eine geballte Portion Action und das Gefühl von Freiheit. Die kleinen vierredigen Kraftfahrzeuge sind ziemlich agil und flink und man möchte gar nicht mehr absteigen. Spaßgeladen, umweltbewusst und lautlos, das ist Segway-Fahren. Und das darf auf der Automobilie natürlich auch nicht fehlen. Die Trend-Freizeitaktivität ist eine Riesengaudi, denn gesteuert, beschleunigt und gebremst wird durch die Verlagerung des Körpergewichts. Wer den richtigen Dreh hat, der macht auf dem Gefährt eine super Figur.